Unglaublich, wir sind jetzt beim Concorde Wasserfall. Richtig, richtig schön, aber ich hatte schon Probleme hierher zu kommen, denn man muss, wenn man hierher will, da oben erstmal an zwei Boas vorbei, an zwei gefährlichen, beißenden Boas. Jetzt sieht man bestimmt gleich das Bild, wie die zwei friedlich schlafen. Glaub dem Schein nicht, die wollten mich beißen. Ja, und jetzt bin ich hier und würde auch gerne so einen Sprung hinlegen, so einen Stun vom Felsen hier runter, aber mache ich selbstverständlich nicht. So wie David Hasselhoff in seinem letzten Clip, kennt ihr den noch? Da ist so am Strand gelegen und dann kommen so Strandbeautys und so. David Hasselhoff, ein ganz großer Held meiner Kindheit als Michael Knight ganz besonders und die Michael Knight Melodie habe ich noch viel mehr geliebt als Michael Knight selbst. Und die kommt jetzt in abgeendeter Version vom Panjabi MC Mundian Tuwakke. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.